Back auf YouTube würde ich fast sagen, man haben wir lange kein Video gemacht, das letzte Video war jetzt das live Video von der Charity Aktion 2020, wo wir ganze 1110 Burpees gemacht haben, damn it, also ich hatte wirklich 3 Tage langen Muskelkater, hier genau, schaut doch mal kurz rein, das ist das letzte Video, was ich hochgeladen habe, ganz kurzer Einblick gibt es jetzt, in der Zeit mache ich mir mal einen Kaffee Wir sind live, was geht ab? Als kleines Intro, Lena, kommst du auch ins Bild? Ende 2020, wie jedes Jahr, eine Charity Aktion gestartet und bei dieser Charity Aktion ging es darum, dass ihr spenden sollt und wir dafür Burpees machen Team, Synchro, Synchro, natürlich, nehmt sein Tempo, Simon sein Tempo, perfekt, und auf geht's sehr weit, kommt schon eins zwei drei zwei vier fünf 입니다 zwölf und fünf 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 weg Close Detleine Beide ging Wenn ihr Ziele für 2021 habt, dann schreibt sie doch mal in die Kommentare, weil gleich wenn ich die 70 Burpees fertig hab, die bei den 100 von Thomas noch fehlen, dann können wir kurz darüber reden. Oder vielleicht habt ihr Fragen an uns, dann antworten wir in die Kommentare. Leider bin ich immer noch kein Barista, aber ich arbeite an meinen Skills, aber heute ist dafür keine Zeit. So, kommen wir zurück zu dem eigentlichen Video heute. Da bin ich ein bisschen überlichtet hier. Dieses Jahr, also letztes Jahr, also 2020 war ja für alle kein leichtes und es geht gerade so weiter. Wir mussten Anfang des Jahres schon schließen das Training Center, wir müssen jetzt immer noch geschlossen bleiben, im ganzen Januar. Und das Ganze hat im November wieder angefangen. Am Anfang konnten wir noch Personal Training geben, eins zu eins drin, jetzt aktuell gar nicht mehr. Das heißt nur noch Outdoor ist möglich. Und ganz kurz, wir schauen uns mal das Wetter draußen an. Also nur damit ihr es seht, der Schnee ist da. Und es ist toll, dass der Schnee da ist und ich mag Schnee, aber das Problem ist einfach mit diesem Schnee, dass draußen Training nicht optimal ist. Also es mag nicht jeder. Naja. Ähm. So. Was können wir jetzt machen? Daheim weiterhin aktiv bleiben, Leute. Ganz, ganz wichtig, dass ihr weiterhin trotzdem daheim trainiert. Ich weiß, es ist nicht leicht. Boah. Bleibt aber motiviert. Und nutzt die Möglichkeit gerne auch, um andere Sachen vielleicht mal draußen auszuprobieren. Nur aufpassen, dass wir Social Distancing halten. Aber es ist nicht meine Aufgabe. Ähm. So. Was ist dieses Jahr noch so, letztes Jahr noch so passiert? Kleine Rückblicke. Ähm. Jakob Johnson hat eine sehr, sehr geile Saison hingelegt. Mein Gott, hat der viel Spielzeit bekommen. Richtig genial. Er hat richtig Effort gezeigt. Einsatz. Geniale Blocks gemacht. Ähm. Einmal mal kurz reinschauen. Auf der zweiten Halbzeit, wo du hattest, ich glaube ich habe 5 Strait-Carries in einem Räufe. Du bist hinter Jakob. Was sahst du an diesen Runden? Besonders hinter ihm, dass sie ein paar Länge aufbauen haben? Ja, ich meine. Jakob ist eigentlich ein 6er Lineman. Ich meine, der Mann einfach rauskommt. Also. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Schau an Shaq Mason. Shaq Mason, 69. Kommt her. Jakob Johnson, 40. Miles in motion. 2. 40. Und Harris wieder mit einem Jakob Johnson Block. Jörg! 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 Die haben auch mitgemacht. War mega geil. Hat mega Spaß gemacht. Das war letztes Jahr, wo andere Corona Regeln herrschten. Nur zur Information. kleines Intro und schaut euch das ganze Video dann noch bitte an. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b! 15... 15... 16... Drei... Zwei... Zwei... Ja! Oh, ja! Ah! Oh, oh! Ah! B-b-b-b-b-b-b-b! So, Videoanschau nicht vergessen. Was gibt es sonst noch? Nichts. Ich mache mich jetzt an die Steuer, weil da darf man sich immer vergnügen als Selbstständiger mit. Im Trainingcenter haben wir Kleinigkeiten geändert. Was? Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Nichts Spektakuläres, aber es hat sich was getan. Und wichtigste Leute, denkt immer dran, egal wie hart die Zeiten sind, egal wie gut der Kaffee schmeckt. Alles ist machbar. Coach Simon, bis zum nächsten Video.